Guten Abend miteinander. Aus dem grossen Frischproduktenangebot von GOP möchte ich euch heute Nektarinen vorstellen. Nektarinen, die man bei uns noch nicht so lange kennt, ist eigentlich eine Abart, die vom Pfirsichbaum produziert wird. Umgekehrt kommt es aber auch vor, dass an den Nektarinenbäumen Pfirsich wachsen. Wie in allen Ländern rund um das Mittelmeer, wo die Nektarinen angebaut wird, nimmt die Produktion auch in Italien stark zu. Aus der Emilia-Romagna mit bekannten Orten wie Ferrara, Cesena, Forli kommen Nektarinen, die ihr dieses Wochenende bei GOP für nur 2.40 Franken zu Kilo bekommen. Diese glatthütigen Nektarinen mit ihrem festen, sehr aromatischen Fruchtfleisch saften nicht und eignen sich nicht nur zum Sohn essen, sondern zum Beispiel gewürfelt oder gescheibelt auf Zitrone- oder Orangensorbet mit Wodka. Profitiert darum morgen, übermorgen und am Samstag von diesem günstigen Nektarinenangebot. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP alle Joghurte zu günstigen Preisen. Zum Beispiel 180 Gramm Joghurt, 10 Rappen günstiger. Uncle Ben's Trocherreis, 900 Gramm, nur 2.50 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, GOP Bohnenkaffee, exzellento 500 Gramm statt 36, nur 4.80 Franken. Hier noch der aktuelle Preisabschlag. 6 Schweizer Eier kosten nur noch 2.60 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Um geht's. Geräusche! 1 2 1 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020